Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. La lülala, die Ambulanz ist da. Oder sollten wir besser sagen Ambulance? Egal. Hallo beim Tele-Stammtisch zur Besprechung vom neuesten Michael Bay-Kracher-Ambulanz. Bei mir ist einerseits der Stu. Hallo Stu. Hi. Und dann haben wir den Mann, der diesen Film nicht nur gesehen hat, sondern den ganzen Film mit einem Ausflug verbunden hat, der das Prädikat, mein schönstes Ferienerlebnis, definitiv verdient. Hallo Kenny. Einen sowas von Traum auf wunderschönen guten Abend. Kenny, du sagtest im Vorgespräch schon kurz, als du schon klein warst, hast du Michael Bay-Filme geguckt und du guckst sie immer noch? Wie stehst du denn zum, ich glaube das Wort Oeuvre kann man bei ihm nicht sagen, wie findest du seine Filme, die er so dreht? Das Ding ist halt, ich hab mit meinem besten Kumpel, wo wir 14, 13 waren, angefangen Action-Filme zu gucken. Das heißt, da war auch Bad Boys dabei, ne? Und auch heute sind wir noch beste Freunde und gucken immer noch Action-Filme gerne zusammen. Ich glaube, das hat uns einfach geprägt. Ich glaube, ohne Michael Bay-Filme hätten wir heute nicht so Bock auf Action-Filme. Von daher gehört das einfach dazu. Wenn man auf Action-Filme steht, mag man Michael Bay-Filme. Es mag die besseren und schlechteren geben, das wird jeder für sich selbst entscheiden müssen, aber prinzipiell, ohne wäre es auch blöd, ne? Wie ist es bei dir ist, du kriegst du einen kleinen Bay-Gasm bei so einem kleinen Bay-Hem oder ist dir Bay-Saster total fremd? Aus der Wortspielhölle grüßt sie der Timo. Ambulance ist ja Michael Bayes 15. Spielfilm. Ich habe sie alle gesehen und ich glaube, fünf oder sechs von denen finde ich gut und alle anderen finde ich sehr schlecht, ein bisschen desaströs und ich liebe Action-Filme, aber ich finde, Michael Bay ist ein interessanter Regisseur, aber die meisten seiner Filme sind nicht besonders gut. Ich selber habe ein ganz ähnlich zwiegespaltenes Verhältnis wie Stu. Ich finde The Rock richtig gut. Ich finde den ersten Bad Boys ist okay, ist aber eigentlich auch gar nicht so richtig dolle. Der zweite ist unverschämt lang und da haben wir schon sehr üblichen Bay-Tropen. Die Filme sind halt alle echt wahnsinnig lang und bedürfen diesem gar nicht. Aber ich mag auch den ersten Transformers. Ich konnte sogar, Schande über mein Haupt, Six Underground noch was visuell abgewinnen. Aber ansonsten ist das natürlich ein Filmemacher, der, wenn man nett ist, sagt, der spaltet. Wenn man ganz unnett ist, sagt man, was ist das eigentlich für einer, weil der ja auch mehr oder weniger zwar einen visuell sehr einnehmenden Stil hat, der sich ja aber auch sehr, sehr häufig wiederholt. Ich sage nur, Protagonisten stehen ganz normal auf einer Straße und die Kamera nicht nur schneidet ungefähr 80.000 Mal, sondern dreht sich auch gerne im Kreis um sie herum ohne Not. Und dann haben wir jetzt Ambulance, einen Film, der auf einem skandinavischen, um genau zu sein, auf einem dänischen Film, den ich tatsächlich vorab mir auch angeschaut habe. Der Film ist tatsächlich nur 80 Minuten lang und ist ganz, ganz auf den Punkt und das nimmt Michael Bay lediglich wirklich als Prämisse für sein Action-Vehikel und strickt da einen fast zweieinhalb Stunden daraus. Der geht, glaube ich, 137 Minuten und hat eine ganze Wagenladung an Figuren mehr an Bord, die auch alle nicht ganz viel Background bekommen, aber immer so ein bisschen mehr noch Fleisch zumindest aufweisen sollen. Wie ging es euch denn generell mit dieser, das muss ich zum Anfang wieder mal fragen, mit der Fülle an Charakteren in diesem Film? Tatsächlich, der Film braucht halt nicht viel. Brauchst du für so einen Action-Film halt 10, 20 verschiedene Charaktere? Ich meine, wie manche Charaktere eingeführt wurden, zum Beispiel der FBI-Agent bei dem Therapeuten ist so ein, machen wir, weil das gerade Thema ist, aber ist nicht für die Story notwendig, machen wir einfach. Es ist okay. Ich mochte die Krankenschwester, also die Ambulanzin, also die Sanitäterin, EMT-Medic, wie immer man das bezeichnen soll, gespielt von Asa Gonzalez. Die spielt die Cam Thompson, die fand ich großartig, die hat für mich herausgestochen. Die beiden Charaktere, um die es ja hauptsächlich geht, sind ja Jake Gyllenhaal, also Danny Sharp und Jaya Abdul-Martin, der Will Sharp spielt, das sind quasi Brüder. Der Plot, ich hätte mir gerne ein bisschen mehr gewünscht, warum die sich so gern haben. Also die sind ja wirklich Brüder, die sich in verschiedene Richtungen entwickelt haben. Ich hätte gerne mehr gehabt, wie die zueinander stehen. Du erfährst erst quasi während des Films, wie sie zueinander stehen und wie es dazu gekommen ist. Ich hätte es mir gerne ein bisschen anders gewünscht. Ansonsten, die Polizeicharaktere, tu mal rum, das ist halt, ja, ist halt Mache, ne. Es ist halt viel Ballerei, ist es eigentlich eine zweistündige Verfolgungsjagd oder sag mal eineinhalbstündige Verfolgungsjagd, der anfragt, das geht ja relativ schnell los und dann sitzen die in dem Krankenwagen und dann geht das eineinhalb Stunden lang in dem Krankenwagen weiter. Ja, was brauchst du dann Charaktere? Du brauchst viele Polizisten, die sterben können oder du brauchst viele Gangster, die irgendwie schießen können oder so und das war's. Wie ging es dir mit dieser Wagenladung an Figuren, Stu? Ich fand, es waren sehr viele Charaktere drin. Also es gab immer mal wieder so Situationen, wo ich dachte, okay, jetzt führen sie wieder eine Figur ein, die anscheinend wichtig ist, nur um sie dann fallen zu lassen. Es gab sogar mal einen Moment, wo ich es sehr schade fand, weil es wird so ein, ich nenne es mal Gangsterschreck etabliert. Dieser Captain Monroe gespielt von Gary Dillahunt, der so als, ja, Nummer Einserfolge etabliert wird, nur um dann halt abgesägt zu werden und dann fast schon nebensächlich, sag ich mal, dann komplett wirklich zu verschwinden. Und was die Beziehung der beiden Brüder angeht, fand ich das eigentlich relativ schön gelöst. Also er erklärt schon, warum die halt so ein bisschen jetzt sich aus den Augen verloren haben, aber er erklärt nicht alles, er lässt viel Freiraum. Ich fand aber, dass man das sich sehr gut und einfach selbst zusammenreimen konnte. Und in der Hektik des Geschehens war auch eigentlich überhaupt keine Zeit für mich da, mich zu hinterfragen, okay, aber warum haben sie denn jetzt genau diesen Bruder-Swiss? Was ist da passiert? Das war mir dann egal, wenn sie da mit 100 Sachen durch Los Angeles heizen. Ich habe es auch gar nicht so als Zwiss empfunden, sondern einfach so eine Art von auseinander gedriftet und das muss man hier ehrlicherweise sagen, wir wollen jetzt nicht in die Spoiler-Territorien reingehen, aber es gibt ja auch plotmäßig einen Grund dafür, dass diese beiden Brüder sich lange Zeit nicht gesehen haben und ja auch ansonsten, ich glaube, die Frau von Will gibt so einen Kommentar ab, so nach dem Motto, nicht Danny anrufen oder sowas und das ist dann aber auch das Einzige, was dann so ein bisschen auf Antipathie oder Animositäten hindeutet. Mir hat auch diese Captain Monroe-Figur eigentlich ganz gut gefallen. Das ist so eine typische Bay-Figur, also die ist dann auch da, um erstmal so ein bisschen witzig rüberzukommen, Stichwort Hund, dann aber natürlich mit Pilotensonnenbrille und Basecap hauptsächlich coole Sachen rausraunzt und Testosteron geschwängert verkauft, wie geil die Cops auch taktisch aufgestellt sind, um dann im nächsten Moment zu zeigen, ja so geil aufgestellt sind sie auch nicht, weil dann hätten sie doch längst das Ding angehalten. Ich möchte gerne auf den Hund eingehen. Ja, sehr gerne. Tatsächlich bei der Pressekonferenz wurde das angesprochen, das ist übrigens der Hund von Michael Bay, das ist ein riesen Vieh, man hat gemeint, der wiegt irgendwie 127 Pfund oder so, ich habe keine Ahnung, ob der wirklich 60 Kilo wiegt, ich glaube es mir nicht, aber es ist ja wirklich ein riesen Oschi und die haben so ein paar kleine Funfacts erzählt, wie das so war während des Drehs und dem Hund war alles egal, die konnte es nur das Auto setzen, der hat einfach nur gesessen und blöd geguckt, der hat das alles mitgemacht, der war total chillig, wir dachten erst so, das könnte vielleicht ein bisschen zu aufregend sein für ihn, aber überhaupt nicht, war dem Hund scheißegal. Ja, guck mal an, das erklärt vielleicht auch, warum Michael Bay jetzt im Umgang mit seinen SchauspielerInnen vielleicht manchmal auch ein bisschen übers Ziel hinausschießt, weil er vielleicht erwartet, sei doch einfach wie mein Hund. Ich finde dieses Aufgeblähte ist halt wirklich vielleicht eines meiner größten Schwierigkeiten mit diesem Film, weil er so unnötig viel hinausbläst und mit einer Figur etwas anstellt, das sorgt dann so für mich, ich spreche von Danny, für so eine völlig inkohärente Figur, die am Anfang, es ist ja manchmal ganz nett, eine Figur quasi so erscheinen zu lassen, wie sie am Ende nicht ist, aber diese Figur ist irgendwie drei Personen einer und für mich ist keine davon so richtig schlüssig erzählt. Das ist so ein bisschen mein Problem gewesen. Wie ging es euch mit der Figur Danny, gespielt von Jack Gyllenhaal? Also mir hat er tatsächlich sehr gut gefallen als dieser Danny. Ich mochte das, was du nicht mochtest, dieses Ambivalente, dieses so Wechselhafte und das macht die Figur für mich wirklich interessant, also interessant im Rahmen der Möglichkeiten. Es war jetzt keine Rolle, die ich in Frage gestellt habe, war es aber auch keine Rolle, wo ich sage so, ey yo, das ist voll meine Lieblingsrolle in diesem Film. Ich würde auch sagen, dass das unter den Brüdern ganz gut aufgeteilt ist. Dann haben wir mit Will einen Afghanistan-Veteranen und mit Danny einen, ja, wie sie sich Glenn ihn kennen am Einstieg so als, ich kann das auch nicht ganz sortieren, Automobilkaufmann, der seinen Investor auch komplett oder sein Geld komplett da reingesteckt hat. Da hatte ich so ein bisschen den Eindruck, als hätte Michael Bay wieder einen guten Deal mit, ich glaube, Chevrolet, dass man einfach coole Autos wieder zeigen kann. Also hat sich mir nicht so ganz erschlossen. Du hättest alles nehmen können, das war ja mega unwichtig. Das ist ganz, die Szene geht fünf Minuten oder so und dann geht sie schon los. Von daher ist es unwichtig. Ja, und der Film, finde ich, hat, das muss man ihm wirklich lassen, hat am Anfang ein sehr, sehr starkes Pacing. Das ist sehr, sehr bay-untypisch, dass er relativ schnell auf den Punkt kommt und da auch sehr, sehr, ja, ich würde sagen, tight das Ganze erzählt. Es gibt zwar schon so diese Andeutung von mehr, aber das ist noch relativ gerafft. Nur finde ich, dass dann im Laufe der Zeit der Filme sich ein bisschen zu viel vornimmt, indem er dann auch noch erzählen möchte, wie du schon sagtest, diesen FBI-Agenten einführt. Das macht er übrigens, finde ich, sehr, sehr schön, so eine Figur so einzuführen, ohne jetzt on the nose woke zu sein, aber trotzdem klarzumachen, das ist ein Homosexueller, der hat einen Ehemann, die sind in der Paartherapie, ist bei Bay immer gefährlich, weil könnte auch peinlicher, infantiler Humor werden, hat in der Szene für mich aber überraschend gut funktioniert. Wie war es bei euch? Du? Ich hätte die Szene nicht gebraucht, aber ich bin von Michael Bay Schlimmeres gewohnt. War da auch, ja, positiv überrascht. Doch, ja, kann man sagen. Also ich finde es okay, dass es drin ist im Film. Die Botschaft dahinter ist klar und deutlich und ist gut. Bei Michael Bay ist natürlich eine Sache wichtig, wie schaut es mit den Schauwerten aus? Mein lieber Kenny, du bist ja nun wirklich im Oeuvre von Bay drin. So auf einer Skala von 1 bis 10 Bays. Wie spektakulär fandst du denn die Action? Spektakulär, auf jeden Fall spektakulär. Da kriegt er auf jeden Fall eine 10. Also die Drohnenfahrten da, die Kamerafahrten durch die Stadt waren der Burner. Also da solltest du echt nicht an Motion Sickness leiden. Wenn du da im Kino sitzt und du bist da empfindlich, dann übergibst du dich. Mega viele Explosionen und Haufen Autos gehen zu Schrott und dies und das. Also Action hat da volle Kanne. Da haut er voll rein. Das ist halt Michael Bay. Also 10 weiß ich nicht, aber bei deiner Skala, was sagst du? Ich mochte die Action wirklich sehr, weil das für Michael Bay Verhältnisse fast schon ein sehr geerdeter Actionfilm ist. Also nicht falsch verstehen, der ist auch hemmungslos. Aber wenn man jetzt vergleicht mit solchen Sachen wie jetzt zuletzt Six Underground oder von mir aus auch Bad Boys 2, finde ich, ist die Action nachvollziehbarer. Also ich hatte nie so das Problem, dass ich nicht weiß, was passiert da gerade. Und die schon von Kenny angesprochenen Drohnenfahrten waren sensationell. Aber, und jetzt kommt einer meiner ganz großen Kritikpunkte, die ich an Bay und halt eben auch an Ambulance habe. Er schafft es einfach nicht mal vier Sekunden, einfach mal eine Einstellung zu halten. Es wird immer geschnitten. Es gibt einen wunderbaren Drohnen-Shot, wo die Drohne wirklich steil in den Hochhaus hochfliegt, am Dach angekommen, umdreht und dann wieder senkrecht runterrast. Und in diesem Runterrasen ist ein Schnitt drin. Dann geht die Einstellung aber weiter. Also er schneidet quasi nur, was weiß ich, 2,50 Meter des Weges nach unten raus. Und das hat mich wirklich gestört. Warum kann er nicht mal wirklich länger diese Drohnenfahrten laufen lassen ohne einen Schnitt? Es ist wirklich so wieder so ein typisches Schnittgebitter. Es ist nicht so schlimm wie früher, muss ich auch sagen. Und ein paar Sachen waren einfach eindrucksvoll. Aber ich finde, dass er sich ganz oft die Action wirklich kaputt gemacht hat, weil er sich gedacht hat, oh, wir müssen für die Generation TikTok jetzt machen. Wir haben jetzt fünf Sekunden vorbei, machen wir einen Schnitt. Mir geht es ähnlich wie es du. Ich fand eine Sequenz gerade, wenn sie aus der Bank flüchten, erinnerte mich sehr oder sollte mich wahrscheinlich auch sehr an Heat erinnern. Und dann habe ich das verglichen in meinem Kopf und dachte, ich habe eigentlich gerade eben keinen Plan, wo die gerade sind, wer auf wen schießt. Beziehungsweise wo die sind, während sie auf die jeweiligen Personen schießen. Mir fehlt dann manchmal einfach die Übersichtlichkeit. Und da habe ich dann so, natürlich nehme ich da auch das Höchste zum Vergleich mit Heat von Michael Mann. Aber da ist halt eine Schießerei, da weiß ich, die ist trotzdem intensiv und trotzdem sehr rauschhaft. Aber ich habe zu jeder Zeit ein Gefühl für die Szenerie und weiß, wo sich die Protagonisten aufhalten. Und das fehlt mir manchmal bei Michael Bay. Ich gebe ihm aber den Punkt, dass er glaube ich immer eher so über, nicht Style oder Substance, aber dass er so ein bisschen eher so einen Sog und so einen Rausch erzeugen möchte. Und das kriegt er, finde ich, hier bei Ambulance wieder relativ gut hin. Das hat er in seinen vorherigen Filmen, gerade auch bei Six Underground und den letzten beiden Transformers Teilen, da hat er schon sich ein bisschen wieder zurückgenommen und wie du es auch schon sagtest, du das ein bisschen geerdeter erzählt. Es ist auch weniger CGI, als man das sonst von ihm gewohnt ist. Und ich finde, das kommt dem Film durchaus zugute. Weiterer Plus, die Härte. Also er hat mal wieder ein R-Rated, auch schon wie bei, ich glaube, bei dem Netflix-Film, bei Six Underground war es auch. Oder wäre es ein R-Rating gewesen. Und da tobt sich Michael Bayer doch auch schon mal aus und badet sich mal in ein bisschen, wie soll man sagen, Ekel-Gore-Szenen, die jetzt nicht eher für Genre-Fans sind, sondern eher so, ja, so die 14-Jährigen finden das schon ganz lustig und ganz cool, was dann auf der Leinwand passiert. Und der letzte Aspekt auch zum R-Rating, ich finde, es kommt ihm mal sehr zugute, wenn seine Figuren noch offen sprechen dürfen, sprich, dann kommt auch mal ein Fuck raus und so weiter. Und das wirkt dann, finde ich, ein bisschen zur Szenerie passender. Kenny, wie ging es dir mit diesen unvermittelten Härtegraden oder Härteeinlagen? Im Nachhinein muss ich sagen, ich fand ihn brutal. Also ich sag nur eine Szene, wo jemand von einem Transporter überfahren wird. Und anschließend siehst du die Person, nachdem sie vom Transporter überfahren wurde. Und die ist dann ein bisschen verformt. Oder ich sag nur die OP-Szene im Krankenwagen. War auch nicht ohne. Und da sind echt krasse Shots direkt auf die Wunde drauf. Da wird quasi operiert und alles. Ich fand den echt brutal. In der Sinne von, jo, ist eklig. So, könnte auch echt so sein. So war mein Empfinden. Also ich fand den brutal. Bist du? Ja, er hat seinen FSK-16 zurecht. Ich fand ihn jetzt nicht übermäßig brutal. Also da hat er mit Bad Boys 2 schon weitaus heftiger zugelangt. Diese OP-Szenen im Krankenwagen, fand ich, hat er oft auch irgendwie benutzt, um, ich nenne es mal, den Versuch von schwarzem Humor zu erzeugen. Gleich ist es auch bei dem Unfall, den Kenny da beschrieben hat. Das juckt mich jetzt ehrlich gesagt so nicht. Es ist halt typisch Michael Bay. Und wie du schon gesagt hast, Timo, das ist halt was für die Teenies. Und, weißt du, die lachen sich da nur, guck mal, lustig ja. Ich brauch's nicht. Ich hab auch nix dagegen. Er ist, ja, wie gesagt, ist ein FSK-16-Film. Das reizt ja auch einigermaßen aus. Aber es gibt da schon noch durchaus wirklich härtere Filme, auch im FSK-16-Bereich. Nur halt eben, wenn man überhaupt jetzt eine absolute Kunstblut-Aversion hat, sollte man vielleicht aufpassen. Da gibt's halt eins, zwei durchaus rot gehaltene Szenen. Also, für diejenigen, die ein bisschen zart beseitig sind, da schaut ihr einfach mal wirklich kurz weg. Frag jetzt einfach mal vor auf die Wurst. Jaja Abdul-Martin, der Zweite, ist ja so ein bisschen für die schwarze Community in Amerika, hat man das Gefühl, so der Ersatz-Chadwick Boseman. Denn der hat jetzt innerhalb von kürzerer Zeit in der Watchmen-Miniserie von HBO, im Candyman, in The Matrix Resurrections und dann jetzt in Ambulance eine Hauptrolle ergattert. Wie steht ihr zu diesem jungen Mann, Kenny? Hast du von ihm schon vorher was gesehen oder war es jetzt dein erster Film mit ihm? Also, ich musste nachschlagen, wer er ist und hab dann festgestellt, dass ich Sachen von ihm, also mir ist er nicht aufgefallen. Ja? Ja? Ähm, ich mag ihn, also jetzt vor allem nach der Pressekonferenz, weil der Typ ist mega down to earthen, mega humble. Also, der ist wirklich absolut nett, freundlich. Das ist, wenn er so redet, der hat auch erzählt so, ja, die Dreharbeiten, das ist alles überhaupt nicht so krass und glomerös, wie man das eigentlich denkt. Das ist viel Warten, viel Langeweile. Und das fand ich halt mega sympathisch, so was jetzt die Rolle angeht, die hab ich nie abgekauft. Also, er hat eine gute Arbeit geleistet. Ich müsste jetzt mehr Filme von ihm sehen und mehr Rollenvielfalt von ihm sehen. Um beurteilen zu können, ob er jetzt ein guter Schauspieler ist. Aber ich find's gut, du hast es ja vorhin schon erwähnt, People of Color hatte einen großartigen Job gemacht. Mir hat's gefallen. Definitiv. Ich find, es ist ein ganz hervorragender Schauspieler. Ich hab schon viel von ihm gesehen. Ich mochte ihn in Candyman. Ich mochte ihn vor allem in Betrayal of the Chicago 7. Und ich bin sehr, sehr gespannt, weil er ja zum Cast von Furiosa gehört, dem Prequel zu Fury Road. Und ich wünsche dem Mann alles Gute. Ich hab bislang, wenn ich überlege, ich hab ihn noch nie in einer schlechten Rolle, sag ich mal, gesehen. Also ich war jetzt kein Fan von Matrix Resurrection, aber auch da hat er mir gefallen. Ja, ich muss auch sagen, irgendwie hat er was. Der ist aber irgendwie so eine Type. Der ist natürlich auch von der Statur her relativ breit und groß gebaut. Also der scheint auf einem sehr großen Marsch Richtung Spitze Hollywoods zu sein. Müsste jetzt, glaube ich, so ein bisschen aufpassen, dass er auch dementsprechend so ein vielleicht etwas kassenträchtigeren Namen kriegt. Denn Matrix Resurrection war jetzt nicht der große Hit. Candyman hat ganz gut performt. Und Try of the Chicago 7 ist natürlich Netflix, kann man immer mit Zahlen nicht so überlegen. Aber auch da fand ich ihn, wie du auch schon sagst, richtig großartig. Aber Candy, du hattest jetzt natürlich schon gesagt, du warst auf großem Ausflug. Jetzt erzähl doch mal so ein bisschen mehr. Wie war das denn, mit den großen Hollywoods zu sprechen oder sie aus der Weite oder auch Ferne zu sehen? Wie ist so das Feeling in Berlin bei so einer PK? Tatsächlich war das halt meine erste Pressekonferenz mit solchen Größen. Das Ganze war am Ritz Carlton in Berlin. Das ist quasi das teures Hotel, was du da finden kannst. In so einem Presseraum, in so einem großen Saal. Und kommst du halt hin, legst dein Papierkram vor, musst alles nachweisen. Und dann bist du halt in so einem großen Raum, wo ganz viele Sitze sind. Da steht ganz viele Schilder auf den Sitzen drauf, so reserviert, reserviert, reserviert. Überall stehen Kameras, haufenweise Menschen mit irgendwelchen Badges um den Hals und ganz viele Menschen mit Kameras. Ich war gleich zum Anfang da, wo der Presse-Counter geöffnet hat, damit ich gleich vorne der ersten Reihe sitzen kann und da auch filmen kann. Ich habe einen schönen Mitschnitt gemacht. Ich hoffe, dass wir den irgendwo noch mit einbauen, dass da gute Chef Andi da was Schönes macht. Ich habe dann anderthalb Stunden gewartet, bis es dann losging. Dann wurde quasi mit Moderator und Moderatorin das Ganze angekündigt. Und dann kamen die quasi im Mittelgang, alle einzeln vorne auf die Bühne. Dann kamen die ganzen Kamera-Fuzzis da nach vorne. Da konntest du nichts mehr sehen. Da hast du nur noch Menschen gesehen, die gerufen haben, Jake, Jake, look hier, look hier. Weil die wollten alle, dass die in ihre Kameras keinen gucken. Ganz schlimm, ganz schrecklich, finde ich. Das ist wie auf dem roten Teppich, wenn du das so siehst. Das ist ganz merkwürdig. Diese Gier nach, ja, guck bloß zu mir, damit ich mein Foto verkaufen kann. Ja, und dann haben die sich hingesetzt und dann haben die dann angefangen zu quatschen. Das war dann wieder mehr down to earth. Die haben dann wirklich relativ chillig da gesessen und haben erzählt. Wir hatten vor allem, ich muss sagen, Jaja, Abdul, Martin, mega sympathisch. Also nach dem Gespräch hatten wir so, boah, der Typ ist ja mega nice. Asa Gonzalez, ich fand die Rolle super. Für mich ist das mein Lieblingscharakter in den ganzen Filmen. Und dann siehst du diese plötzlich live und denkst so, boah, wow. Also großartige Ausstrahlung, Hammerfrau. Ja, ich habe bei Michael Bär mich irgendwas anderes vorgestellt. Ich habe ihn vorher nie live gesehen. Man kommt da so hin und das Geile ist halt, die anderen alle aufgetagelt im Anzug. Und Michael Bär so im weißen T-Shirt und Jeans. Sitzt immer so hin, übelst breit. So wie, ich bin hier in der Macker, das ist mein Stuhl. Das ist großartig. Ja, die Pressekonferenz ging 35, 40 Minuten. Und danach gab es dann noch so hier, ja, kannst du noch ein Foto machen mit dem? Ich habe ein schönes Selfie mit Jake Gyllenhaal. Und im Hintergrund ist quasi ein kleines Fotobomb von Michael Bär noch mal dabei. Und dann sind die gleich weitergezogen. Die haben mal den ganzen Tag an so einem Pressetag, haben die ja so viel zu tun. Also in den ihrer Haut will ich nicht stecken, das ist für die Stress. Das wirkt zwar für uns so wie, ja, die sind übelst berühmt, die kriegen da übelst ein Fame ab. Die übelst stressig. Ja, du hast es ja schon angesprochen, dieser Isa González. Fürst du und für mich, glaube ich, das haben wir schon mal gestern ein bisschen geklärt, ist das eigentlich das Herz des Films, oderst du? Ja, nicht das alleinige Herz. Also, aber sie tut schon viel Gutes für den Film. Also mit ihr bibbert man mit. Sie ist halt auch wirklich die Heldin, weil sie diesen Kopf, der ja da angeschossen im Krankenwagen liegt, ja wirklich auch weiter behandelt und auch versucht, ihm zu helfen. Und ich muss sagen, ich habe die Dame bestimmt schon ein paar Mal vorher gesehen. Ich glaube, sie hat in Hobbs & Shaw mitgespielt. Aber ich hatte sie immer nur so als, ja, sieht halt gut aus und mehr muss sie auch nicht tun. Und ich finde, in Ambulance bekommt sie mehr zu tun, als gut auszusehen. Und das in einem Michael Bay Film, das muss man auch mal sagen. Ja, die könnte was werden, die junge Dame. Ist ja, glaube ich, jetzt so Anfang 30. Und die ist toll. Ich fand die großartig. Wir haben jetzt über den, ja, ja, Abdul Martin II. geredet, über Jack Gyllenhaal, über Isaac Gonzalez, über Michael Bay. Wir haben aber noch nicht den richtigen, den einzig wahren Star dieses Films mal benannt. Der Krankenwagen. Meine Güte, was können diese Krankenwagen alles abhaben? Ist ja Wahnsinn. Ey, das ist krass. Darüber haben die auch bei der Pressekonferenz gesprochen. Die Dinger, die haben zwei, zwei Turbos. Die Dinger haben übelst die Power. Die kosten eine halbe Million. Die hatten irgendwie sechs Stück davon. Mehr von drei Millionen quasi hier rumstehen. Und das sind übelst die Monster. Die haben übelst Leistung. Also da mussten wirklich richtig krasses Stuntfahrer ran, um die Dinger zu beherrschen. Und auch die Schauspieler durften mal ein bisschen fahren. Die haben dann echt Respekt dafür bekommen, wie so ein Ding sich fährt. Ich meine, das ist was anderes, als wenn du ein Sportauto fährst, wo der Schwerpunkt übelst unten ist. Oder halt so einen fahrenden Schrank. Das muss schon krass gewesen sein. Es waren geile Sachen dabei. Und ich finde, das merkt man im Film, dass das solche kleinen Monster sind. Also der, du hast es schon gesagt, diese Ambulanzwagen halten eine Menge aus. Und im Film selber muss er auch viel aushalten. Weil die Action, und das mochte ich wiederum bei dieser Action, war ja immer sehr begrenzt auf, kann man einerseits eintönig finden, auf Autoverfolgungsjagden. Und wie man durch die Kurven gleitet. Und wie man vielleicht auch dabei mal was mitnimmt. Oder mal die ein oder andere Sache demoliert. Aber ich fand das wahnsinnig griffig inszeniert. Und mir war zu jeder Zeit irgendwie, ich fand es nie unrealistisch, was sozusagen diese Ambulanzwagen alles aushalten muss oder aushalten kann. Das hat mir echt gut gefallen. Ja, ich glaube, die wissen tatsächlich, dass sie da so eine Art kleinen, so wie du das auch sagst, so den heimlichen Star auf der nichtmenschlichen Seite da in dem Film haben. Aber ich hätte mal eine Frage an Kenny wegen der PK. Jetzt ist es ja so, dass Ambulanz, wie ich finde, durchaus klar macht. Nicht besonders lautstark, aber ich finde trotzdem, es gibt sehr viele Anzeichen dafür, dass der Film halt auch während der Pandemie spielt. Haben Sie denn auch erzählt, wie es denn war, den während der Pandemie zu drehen? Ja, also das Ding, das ist Nummer eins, da wurde ja während des Lockdowns gedreht, also während des ersten Lockdowns. Wir reden ja nicht jetzt, klar, die Pandemie geht es schon zwei Jahre, aber in der Zeit, wo halt die ganzen Lockdowns waren. Und das hast du auch in dem Film gemerkt. Es gab ja diverse Shots von der Innenstadt, wo quasi du nur den Ambulanzwagen von oben siehst. Und sonst weit und breit kein einziges anderes Fahrzeug. Und das ist nicht mit CGI nachgearbeitet. Die Straßen waren leer. Und die hatten auch echt strenge Richtlinien, was das angeht, hier wegen Gesundheit und dies und das. Da mussten viele Vorschriften eingehalten werden und viele Erlaubnisse geholt werden. Allerdings haben die das Ding auch innerhalb von Rekordzeit gedreht. Das haben die gerade mal innerhalb von 38 Tagen geschossen, das Ding. Geschossen ist ein gutes Stichwort. Und zwar, wir haben ja schon die Drohnenaufnahmen erwähnt. Hat er dazu auch was gesagt, der Michael Babe? Weil, also er hat in der Vergangenheit schon Drohnen benutzt, wie jeder andere Actionregisseur auch. Aber ich fand halt, bei Ambulanz hat er sie wirklich, ja, zelebriert, diese Drohnen. Er ist es nicht übelst ins Detail gegangen. Er hat gemeint, ein Spezialteil des Films war halt, sich mit den Drohnen halt diese Spezialshots zu machen. Aber er ist nicht jetzt konkret auf die Drohnen eingegangen, wie das gemacht wurde. Das allerdings nicht, nee. Ja, ich hab mich wirklich gefragt, ob man das nicht hätte auch thematisieren können innerhalb des Films, dass wir ja gerade in der Pandemie sind. Denn diese Auffälligkeit, dass da quasi L.A. Menschen leer ist, die ist mir ja auch ins Auge gestochen. Und ich hab mich gefragt, ob man das nicht hätte auch im Film irgendwie thematisieren sollen. Ich finde das gleichzeitig total gut, weil wenn wir in zehn Jahren das Ding gucken, werden wir natürlich alle wissen, dass der während der Pandemie entstanden ist. Durch Trivia, durch sonst was. Aber er wird diesen Zeitkolorit nicht komplett haben. Das ist dann gar nicht so ungeschickt, finde ich. Ja, und Michael Bay, ich weiß, das ist ein guter Handwerker. Und der hat eine geile, oder geile, der hat eine sehr, sehr eigene Bildsprache entwickelt. Sehr, sehr Stakkato. Und diese von mir schon angesprochenen Circle Shots, da muss man schon sagen, dieser Film hat visuell nochmal, finde ich, einen ganz anderen Sog erzeugt und entfacht bei mir. Das hat mir imponiert, im Mindesten. Der Film hat es geschafft, dass ich schon nach einer halben Stunde eigentlich pullern musste, aber mir das wirklich bis zum Absparen verkniffen habe, weil ich das sehr, sehr gut fand und es hat mich sehr, sehr reingesogen. Das ist der ganze Streifen. Können wir mal über den Sound reden? Sehr gerne. Also, ich muss sagen, ich fand es Wahnsinn. Also, jetzt von den Geräuschen, Soundediting, fand ich es halt mega krass. Also, die Schussgeräusche, das war mega laut. Also, vor mir saßen Leute, die haben sich wirklich die Ohren zugehalten, weil es so scheiße laut war. Also, das war wirklich nicht bloß dieses typische Standard, so Puff, 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 Peng, 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 sondern wirklich, da war ein Druck dahinter und da waren Soundeffekte dabei, wo der ganze Kinosaal vibriert hat, durch die Bässe, die da kamen. Das war wirklich angsteinflößend. Das war wirklich gut gemacht. Das fand ich großartig. Stu, was sagst du dazu? Ja, also, das Sounddesign ist wirklich, also, das berstet ja durch die Kinoleinwand, was da soundtechnisch abgeht. Also, gerade dieser Anfang, dieser, wie schon Timo sagte, dieser, ich nenne es mal Referenz an Heat, da sind die Schüsse wirklich knallhart, aber ich finde, das beißt sich halt einfach mit dem Schnitt oft. Ich glaube, für mich hätte es einfach noch mehr Wucht gehabt, wenn ich dann auch mal längere Zeit einfach die Szenerie im Blick hätte und nicht halt alle vier Sekunden der Schnitt kommt. Nichtsdestotrotz, Sounddesign, sensationell, muss man nicht drüber reden. Ich fand auch den Soundtrack an sich ganz gut und normalerweise bin ich keiner, der so wirklich auf den Soundtrack achtet, aber insgesamt ist der Film technisch und ich glaube, da werden wir uns alle drei einig sein, technisch ist der Film halt einwandfrei, da gibt's nichts. Michael Bay hatte nie Probleme, einen technisch einwandfreien Film abzuliefern. Und die waren halt immer wirklich erste Sahne, was das angeht. Absolut. Habe ja auch nichts zu ergänzen. Lawn by Fee, mittlerweile ja sein neuer Hof- und Hauskomponist, hat die Szenerie ganz gut untermalt. Hat jetzt aber auch, wenn ich mich jetzt erinnern würde, ob es irgendwelche schönen Melodien oder Themen gab, habe ich da jetzt irgendwie nichts mitgenommen. Ja, Jungs, habt ihr noch was? Ich würde gerne noch zwei Sachen kurz sagen. Und zwar, Michael Bay ist ja nicht nur bekannt für Destruktion und die Zirkulierung der Kamera, sondern auch für Pathos. Und es gibt einen Pathos-Moment, den fand ich unfreiwillig komisch, relativ zu Beginn, wenn Danny sagt, dass er ja irgendwie in Afghanistan gedient hat, irgendwie Marine oder GI war, keine Ahnung. Und dann plötzlich der Score so aufflammt. Das fand ich mehr lustig als jetzt wirklich dramatisch. Dann hat der Film aber gegen Ende, und ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen aus Spoilergründen, aber durchaus wirklich, wie ich finde, positiven Pathos. Ja, er zelebriert die heldenhaften Taten von Pflegern und Pflegerinnen, von medizinischem Personal. Und er behandelt diesen Berufsstand gegen Ende fast so, wie Michael Bay früher in seinem Film die US-Marines oder US-Army behandelt hat. Das ist nur ganz kurz, aber das, fand ich, war eine sehr schöne Geste. Da hat mir der Pathos dann auch wirklich gefallen. Kann ich nur zustimmen, fand ich genauso. Das war eine schöne Botschaft. Gerade zu dieser Zeit, wo die, ja, Dankbarkeit für diesen Beruf ein bisschen untergeht, würde ich sagen. Vor allem aus politischer Sicht war das eine schöne Botschaft. Bin ich voll deiner Meinung. Dem ist meinerseits nichts hinzuzufügen. Habt ihr alle beide sehr schön und sehr richtig, wie ich auch finde, gesagt. Eine Sache noch. Sehr gerne. Der gute Dom und ich haben letzte Woche auch noch die deutsche Synchronstimme von Jake Gyllenhaal, der gute Marius Claret, nämlich, noch interviewen dürfen. Und das packt man dann auch hier irgendwo in den Tele-Stammtisch rein. Allerdings nicht in diesen Podcast. Das wird dann quasi ein Special. Wir reden jetzt nicht so viel über den Film. Wir nehmen es quasi als Auffänger am Anfang. Und dann reden wir über das Thema Synchronarbeit und Synchronsprecher. All das findet ihr in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten zum Nachhören, Nachgucken, Nachlesen. Unter anderem auf unserer Homepage der neuen tele-stammtisch.de. Da guckt ihr einfach mal drauf. Da seht ihr auch ein paar unserer neuesten Episoden. Da könnt ihr reinhören und euch mal ein bisschen durchklicken. Ja, Jungs, ich finde dem Ferienerlebnis-Gast Kenny gebührt das erste Fazit. Kenny, dein abschließendes Urteil über Ambulance. Was sagst du? Ambulance, ein typisch Michael-Baker-Action-Film. Man erwartet nicht zu viel Story, bekommt trotzdem ein bisschen mehr Story. Man bekommt die volle Ladung Action. Hier ist wichtig, ordentliches Erwartungshaltungsmanagement, wie man so schön sagt. Erwartet keine zu deep Story, dann werdet ihr enttäuscht. Wenn ihr das hinkriegt, dann habt ihr ein sehr tolles Kinoerlebnis. Aber bitte Kinoerlebnis. Schaut ihn nicht auf eurem Handy im Zug oder sowas. Schaut ihn im Kino oder wenn ihr zu Hause ihn guckt mit einer richtig fetten Anlage, die wirklich laut ist und ordentlich rumst. Sonst wirkt der Film nicht. Ja, dann mach ich mal weiter. Bin, wie gesagt, kein großer Michael Bay-Fan, aber für mich ist Ambulance wirklich einer seiner gelungenen Filme. Der Film hat die typischen Trademarks von Bay. Wer das mag, viel Spaß. Das ist euer Film. Wer das wirklich verabscheut, sollte vielleicht überlegen, ob ihr sich den anguckt. Ich habe einen wirklich guten, netten Actionfilm bekommen, der nicht fehlerfrei war, aber der im Kinofrühjahr 2022 im Action-Genre-Bereich ganz klar der bisherige Höhe. Ja, wie gesagt, you get what you get. Also wer Michael Bay gar nicht kennt, soll sich mal darauf einlassen und kann an diesem Film schon sofort feststellen, ob das was für ihn ist oder nicht. Denn die ganzen Tropen, die man von Michael Bay kennt, die werden ja ausgespielt. Und die Fölturnistinnen und Fölturnisten, die werden daran wieder ihre helle Freude haben, den zu zerreißen, kann ich in Anführungsstrichen in einigen Passagen auch durchaus nachvollziehen. Film hat eine gewisse Länge, die er vielleicht nicht unbedingt benötigt. Er bläht eine Grundprämisse, die eher klein und kammerspielartig ist, doch sehr, sehr stark auf. Jetzt kommt das große, fette Aber. Aber erstmal, die Schauspieler sind toll. Der Film sieht großartig aus. Er spielt mal nicht in Miami, das muss man ja auch sagen bei Michael Bay. Und dennoch haben wir hier einen wirklich sehr, sehr super inszenierten Michael Bay Action Film. Und das muss man wirklich sagen, das ist kein Action Film, sondern ein Michael Bay Action Film. Von mir deshalb auch eine Empfehlung für Michael Bay Fans sowieso und für alle anderen. Wer mal in diesen Zeiten ein bisschen das Hirn ausschalten möchte und sich von Action berieseln lassen möchte, der soll bitte Ambulanz im Kino schauen. Das könnt ihr ab 24. März tun. Ich sag ansonsten, dann bin ich auch gleich still, vielen Dank an meine beiden Kollegen Kenny und Stu. Kenny, finde ich, hat heute das letzte Wort, Stuart das vorletzte und ich bin schon mal raus. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß im Kino und tschüss. Ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Schaut euch doch den anderen Kram an, das Interview und die Pressekonferenz und alles drumherum. Wir lieben euch, bleibt schön gesund. Bis dann. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Applaus 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 Vielen Dank.